Leute, morgen. Es geht wieder los. Ich nehme euch mit auf einen neuen Trip. Diesmal geht es nicht um Poker, beziehungsweise nur bedingt um Poker. Es geht nämlich nach Berlin zur TwitchCon. Die TwitchCon ist das erste Mal in Europa, in Berlin. War ewig nicht mehr in Berlin. Ich glaube, das letzte Mal zu einem Magic-Turnier oder so. Und die letzte TwitchCon war letztes Jahr in San Jose. Twitch sitzt ja in San Francisco. Und davor das Jahr waren wir in Long Beach bei der TwitchCon, auch mit Pokerstars zusammen. Davor das Jahr in San Diego. Und dieses Jahr versammeln sich alle Streamer und Twitch-Fans und ja, Leute, die Bock auf Streamen und Twitch haben in Berlin. Es gibt viele Vorträge, es gibt Meet & Greets, es gibt Hangouts, es gibt Streams und ich bin echt gespannt. Und es gibt natürlich Goodies. Jetzt fahren wir los. Fünfeinhalb Stunden Fahrt stehen bevor. Also let's go. Freunde, ich habe schlechte Nachrichten, ja. TwitchCon ist ausverkauft. Wir kommen nicht mehr rein. Das ist doof. Aber ich habe vorgesorgt. Habt euch verarscht. Ich habe schon ein Ticket. Das habe ich schon ganz früh. Hab ich mir das bestellt. So sieht das hier aus, Freunde. So sieht das hier aus, ja. In Berlin. Hier können Sie einlösen. Das sind vor dem Hotel bestehen, vor dem Rudi-Berg. Und wir haben auch in den Sherry hier. Oh, cool. Aha. Welche Farbe? Äh, Lila. Jetzt nehmen wir Lila. Leute, ich habe auch so ein Lila Regenschirm gekriegt. Und jetzt kriege ich meinen Zweck. Jetzt gibt es den Zweck. Lila Twitch-Smack. Auf den alle schon hier warten. Ich habe mir Proof und du weißt, ist die Amazon App offen. Oder Prime Video ist das? Ja, Prime Video alles. Ich starte das einmal. Ja, das ist das. Das sind 10% Rabatt. Ja, alles klar. Ja, perfekt. So, das sind das. Das sind 10% Rabatt. Super. Danke schön. Leute, guck mal, wenn ich hier getroffen habe. Wenn ich hier getroffen habe. Der Mo. Hi. Der kleine Sohnemann. Von Kalentsch. No pictures please. Ja, hier ist, hier ist. Guys, this is the real fame man. Ja. Okay. Don't like me hanging, bruv. Don't leave me hanging. Okay. You want it? What? Handshake. Handshake? No handshakes. No handshakes. I'm too famous for that. Leute. Ich vlogge, wenn Palencio wohnt. Hi, nice. Palencio in ein Haus. Ja, wir mussten jetzt Nessi, Beardman und... Nicht gut. Nicht gut. Nessi, Beardman und Mo mussten zurückbleiben. Wir gehen in die Partner Lounge. Wir sind ja Partner hier. Aber die sind keine Partner. Ihr Partner. Wir sind auch Partners. Okay. Dann nehme ich euch jetzt mal mit in die Partner Lounge. Da ist die Partner Lounge. Da gibt es wohl Essen, Trinken. Satt. Oh ja. Go inside. Go inside. Der Flipper ist auch hier. Wow. OP Poker in das Haus. Eva und James sind hier. What up? Und das ist ein Smuggle-Bag. Smuggle-Bag. We just smuggled a lot of... You don't want to know what's inside. It's a lot of... There's Coke. Literally. There's a lot of Coke in there. Oh my god, yeah. But pssh. Don't tell anybody. Und jetzt holen wir uns unsere Twitch-Bags ab. Wir kriegen jetzt Rucksäcke. Hallo. Hallo. Hi. Aber die Kamera würde mir was entziehen. Was denn? Die Kamera würde... Die Kamera würde... Wie der immer den Hate abkriegt hier, der Mo. Was nehmen wir? Lila. 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 Wo packen wir's hin? Oh ich kann das sein. Ja. Bisschen. Bisschen. ничать. teuerste Flasche Wasser, die ich mir je gegönnt habe. Und ich musste es tun, weil man kommt hier nämlich nicht rein mit einer Wasserflasche. Die lassen einen nicht rein durch die Kontrolle. Und hier drinnen gibt es gar keine Waffe mehr. Null, null, nirgendswo. Selbst der Partnerlaunch. Die haben alles leer gesoffen. Alles leer gesoffen. Und jetzt muss ich dieses teure Wasser trinken. Was tut man denn alles für die Gesundheit, oder? Ich bin Fame. Du darfst... Du darfst... Du darfst... Boah geil. Du darfst ein Grind-Hoodie am Start. Cool. Ich finde auch noch eine Unterschrift von mir. Ich kann es neben mir unterschreiben. Und ich habe, glaube ich, noch nie eine Unterschrift live gegeben oder so. Das ist mein erstes Mal. Wo, also wirklich so, dass ich so eine Unterschrift so... Komm schon jetzt. Sag das nicht so. Oh Mann, die war schlecht. Scheiße. Die hab ich verkackt. Kann man die weg machen? Nee, kann man nicht. Egal. Unterschrift, das Unterschrift. Ja gut. Ja, passt. Perfekt. Sieht japanisch aus. Alles gut. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn. You had one job. Trimax ist das in Form? Lex... äh, Lex. Hast du Lex schon gesehen? Ja, durch Zufall draußen vorhin. Da rannte er an mir vorbei. Und da bin ich direkt hinterher gerannt. Jo, Lex. Ja, geil. Hat mich echt gefreut, Mann. Ich auch. Lassen Sie uns später vielleicht noch mal quatschen und sehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis später. Danke, ja. Ciao. Tag zwei der TwitchCon. Habt ihr eigentlich schon mein Hotelzimmer gesehen? Ich hab's euch noch gar nicht gezeigt, oder? Uuuhhh, komm. Ich fühl', ich Henry mal gerade rum. Hier riecht's nach Banane. Ganz viele Bananen. Das stinkt nach Bananen. Spiegel. Badezimmer. Hallo So, aber jetzt gehen wir los zu Venue, denn um 12 Uhr ist der erste Vortrag, da geht es um das Thema Artikel 13 wie wir damit umgehen, da werden Anwälte vor Ort sein und werden hoffentlich ein paar wichtige Dinge uns erklären können, wie wir in Zukunft unseren Content kreieren müssen und worauf wir achten müssen dann um 14 Uhr ist David Hasselhoff da und wir gehen zu Attila Hildmanns Foodbar, ich bin ein riesen Attila Hildmann Fan, erstmal ist er der Boss, aber zweitens, gestern waren wir auch schon da, haben Burger gegessen und der ist der Oberhammer und den ziehen wir uns heute nochmal rein, selbst Carl Encho, der kein Veganer ist, ich werde ihn gleich dazu befragen, hat gesagt was ein geiler Burger, da müssen wir heute direkt nochmal hin machen wir auch, so jetzt geht es aber los, ich nehme euch mit zur TwitchCon Tag 2 Nix in Haus Ich bin so lang, ich bin so lang, ich bin looking for freedom, still the search goes on, you guys happy to be here? Are you happy to be here? Me too. This is an amazing event for me. I do a lot of Comic Cons and this is like the sophisticated Comic Con. In Comic Con, a lot of people are like, they're so sweet, you know? And they live in their closet and they're afraid to come out because people will make fun of them or bully them. And they come out of Comic Con and they meet someone else who looks a little bit like them, who loves David Hasselhoff or Game of Thrones or some show like that. I get to talk to the whole world at once. Any Knight Rider fans in here? Kid, kid, get me out of here. Um, well, I have a little secret. I shouldn't say, but why not? Knight Rider's coming back. And I'm gonna bring Kit out of Mothballs. And Kit's going to say, Michael, you look older. And I'm gonna so, I'm gonna say, so do you, Kit. And then Kit's gonna say, have things changed, Michael? And I'm gonna say, yeah, all the cars talk now. Isn't that cool? How did it feel? Amazing. I mean, it's not the first time, right? Nah, it's not. I'm a pro, I'm a real pro. You've been in front of the camera. Yo, just smile. That's it, ready. So, Freunde, und jetzt gibt's noch ein bisschen Poker-Content hier. Oh, da kommt sogar ein Sub rein. Wir waren grad bei Attila Hildmann. Ich hab mir ein bisschen Daisho reingezogen, denn wir spielen jetzt das Sunday Million Anniversary. Da sind 51.000 Spieler grade. Es gibt noch zwei Stunden Late-Rack. Und es gibt, jetzt guckt's euch an hier, passt mal auf, eine Million für den ersten Platz. Und ich hatte so Bock, das jetzt zu spielen, obwohl das überhaupt nicht meine Zeit ist, denn ich hab hier meine Boys am Start. Shoutout to the Black. Yeah, Kalencho. Und wir machen grad eine legendary epic-Stream. We're doing a really epic-Stream right now. We're having so much fun. We're doing a lot of Freestyling, a lot of fun. Everything. I'm a boy Mo. Content Creation Mo is there. Hallo. Hallo, my name is Mo. Ich bin von Content Creation Support. Kann ich Ihnen helfen vielleicht? Too much fame. Too much fame. Too much for me. Hello. I would like to welcome you. To my dream. To my dream. I'm a Content Creator. I make a lot of videos. On YouTube. Yo. Uh. 6-10. 1-10. Berlin machen. 1-10. 1-10. 1-10. 1-10. Here we go. Holy shit! Ich sehe mein Body maxim raisen. Er raced einmal weiter. Ich kann nichts machen. Er hat Position auf mich. Oh my god! Man, ich bin heute auf Feuer. Ich weiß, was passiert. Ich habe einen Song gemacht. Ich habe einen Song gemacht. Wir versuchen es viral zu machen. Es wird viral. Es ist ein natürlicher Hit. Es ist. Okay. Leute, haut rein. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Vielen, vielen Dank. Wir würden uns über ein Däumchen, ein Kommentar und ein Abo und natürlich das Aktivieren der Glocke freuen. Dann kriegt ihr auch mal mit, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Das war's mit meinem TwitchCon-Glock. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.